Trotz Schonzeit frischen wir heute unsere Salzlecke auf, denn einerseits geht natürlich Schwarzwild ran, wie schon oft erwähnt, aber natürlich auch jegliches Schalenwild. Gerade jetzt, wenn der Haarwechsel kommt, sind die Mineralstoffe natürlich sehr wichtig. Das Wild sucht nach Salzlecken und wenn sie die dann finden durch die Aromastoffe in unserem Salzbräer, nimmt sie die direkt an, können schon eventuell Böcke bestätigen für den ersten Mai, damit es da dann auch richtig losgeht, denn man muss auch schon was in der Schonzeit tun. In dem Fall frische ich jetzt unsere Salzlecke wieder auf und wie gesagt, natürlich auch für Schwarzwild, besonders jetzt in der Zeit, eben das Wild an eure Salzlecken gewöhnen. Vielen Dank.